werden sie wahrscheinlich auch noch in die Eke rollen. Währenddessen geht sein Teammate Vitamin auf den Patrick Star, der hier auch recht schnell federn lassen muss. Und das, denke ich mal, ist jetzt auch GG. Da werden jetzt hier noch die Walker von Molopar zerschlagen. Und da hat jetzt auch Patrick Star noch versucht, verzweifelt, hier jetzt die WBS-CVs hier reinzuziehen. Allerdings hat es nichts mehr gebracht. Da sind jetzt noch Archons dazu geworbt worden. Und damit ist das für die beiden geben auf. Und damit war es das. Ich hoffe, dieses Spiel hat euch gefallen. Mir hat es definitiv gefallen, denn es war sehr lustig. Und wir sehen uns morgen. Wir hören uns am Montag, den 14.02. um 19 Uhr. Bis dahin sage ich Tschüss. Und es geht jetzt gleich weiter mit dem nächsten Fun-Stream. Und ich werde kurz abschalten. Bis gleich. Und jetzt geht es geht's. Bis exhaustiv Justdrop und